Hallo zusammen Matthias hier, herzlich willkommen in einem neuen Video, heute mit einem Special, das wir normalerweise nicht so oft machen und zwar künstliches Licht. Die Frage hatte ich schon öfters, wie man an so Setups rangeht, was man hier mit reinnehmen kann und ich dachte mir, hey, zeige ich euch doch einfach mal so ein paar Kleinigkeiten, wie man mit nur einer Lampe hier richtig geile Bilder machen kann. Ich weiß jetzt natürlich, ihr habt vielleicht nur Aufsteckblitze, ihr habt vielleicht Studioblitze, ihr habt vielleicht D-Blitze oder sonst irgendwas und ja, ich werde euch Dinge zeigen, die ihr vielleicht nicht 100% umsetzen könnt, aber einfach, dass man mal so eine ganz grobe Richtung in der Hinsicht hat. Zu Anfang würde ich definitiv empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, macht das mit Dauerlicht. Dauerlicht hat den gigantischen Vorteil, wie jetzt hier, man sieht einfach instant, was im Bild passiert. Das werden wir auch im gesamten Video machen, dass ihr live seht, wie sich das Licht verändert, wie sich das Licht auswirkt und sowas in der Art. Macht so vieles einfacher, von daher, ja, eben einfach mit einer Dauerlichtlampe. Ansonsten braucht ihr euch keine großen Gedanken machen, ja, ich werde hier mit Lichtformern arbeiten, ich habe größere Lichtformere, kleinere Lichtformer oder sowas in der Art. Also ja, es werden zum Teil Studiobegriffe fallen, definitiv klar, aber man kann vieles davon auch mit Aufsteckblitzen machen. Mit Aufsteckblitzen, irgendeinem Softbox-Aufsatz oder sowas in der Art oder du holst dir halt irgendwie wirklich eine Videolampe oder ein Blitz ist doch vollkommen egal, kann auch ein günstiger sein, überhaupt gar kein Thema. Ihr kommt mit so unglaublich vielen Sachen sehr, sehr weit, einfach indem ihr ein kleines bisschen experimentiert. Gut, genug gequatscht. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Teil an, der bei der Studiofotografie sehr, sehr wichtig ist, gerade mit künstlichem Licht fotografieren. Okay, geil, wir müssen halt nur erste Mal das Natürliche wegbekommen, damit wir mit den Lampen überhaupt das richtige Ergebnis sehen. Das heißt, das natürliche Licht muss raus. Wir starten rein beim Kunstlicht jetzt einfach mal mit dem Hauptlicht, weil das brauchen wir immer in irgendeiner Art und Weise. Wir brauchen von vorne immer Licht, das unser Motiv ausleuchtet, gerade in der Porträtfotografie. Wobei benutzt man künstliches Licht auch in anderen Situationen eher selten. Wer blitzt denn auf einer Landschaft? So viele Lampen hast du gar nicht. Gut, anderes Thema. Grundsätzlich vom Aufbau, vom Lichtsetup, von der Herangehensweise brauchen wir irgendwo ein Hauptlicht. Dieses Hauptlicht sollte von der Seite kommen. Wenn das von vorne kommt, wenn das von, ich weiß nicht, unten kommt, oben kommt oder sowas in der Richtung, sieht das sehr, sehr schnell eigenartig aus. Hier kann man ganz klar experimentieren, aber ich habe es gerne von der Seite, von links, von rechts, so ein kleines bisschen. So ist das ja auch bei mir in meinen Videos. Das gilt jetzt für die Videografie genauso wie für die Fotografie. Es ist im Endeffekt alles exakt. Nicht 100% das Gleiche, aber sehr, sehr ähnlich. Ich mache es jetzt hier nur mit Dauerlicht, damit man es natürlich auch im Video sieht. Keine Sorge, ihr könnt es genauso mit Blitzen umsetzen, ihr könnt es genauso mit natürlichem Licht umsetzen. Zum Teil, da muss man vielleicht etwas variieren, aber es geht jetzt, wie man an Kunstlicht rangeht. Die erste Geschichte haben wir jetzt schon. Wir haben ein Hauptlicht. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir hinten relativ viel Licht haben. Da hinten strahlt es mega hin. Ich habe halt auch eine sehr große Softbox genommen, die sich das Licht sehr, sehr krass verteilt. Und vielleicht will ich das gar nicht da hinten. Vielleicht möchte ich einen komplett schwarzen Hintergrund haben. Wie kommen wir da hin? Mit einer Wabe. Der Vorteil von einem Lichtformer mit Wabe ist ganz klar, dass wir das Licht mehr richten. Es kann nicht mehr nach rechts, es kann nicht mehr nach links, sondern es kann hier durch diese Wabe nur geradeaus raus. Und das sorgt dafür, erst einmal, dass wir unser Motiv ein bisschen knackiger ausleuchten. Und zweitens, dass es nicht ganz so krass auf den Hintergrund kommt. Aber zeigen wir das doch einfach mal ganz kurz. Ich tausche mal ganz kurz. Sekunde. Ich darf nicht mehr so viel schnipsen, das kommt immer so. Okay, die Streuung ist jetzt mal ein bisschen raus. Wir haben nicht mehr so viel Licht auf dem Hintergrund und ich habe ein kleines bisschen getrickst, weil die Lampe scheint eigentlich nach rechts. Also nicht mehr so direkt auf mich drauf. Aber ich kriege noch genug Licht ab, um eben korrekt belichtet zu sein. Ebenfalls ein cooler Trick ist, im Hintergrund auch herzugehen und einfach mehr Abstand reinzukriegen, weil der Lichtabfall, der gilt natürlich genauso fürs Kunstlicht wie fürs natürliche Licht. Dass du hergehst, je mehr Abstand du zur Lichtquelle nimmst, umso dunkler wirst du. Das gilt natürlich auch für den Hintergrund. Das heißt, wenn ich vom Hintergrund weiter weggehe, umso dunkler wird der dann halt auch in dem Moment. Gut, was können wir als nächstes noch machen? Die Problematik ist, wenn ich jetzt fotografiere oder filme mit Wabe, dass es sehr, sehr schnell passiert, dass halt eben die Gesichtshälfte sehr dunkel wird. Die könnten wir aufhellen. Wir sind immer noch bei einem Lichtsetup, wir sind immer noch bei einer Lampe. Wir brauchen keine zweite. Wir können einen Reflektor benutzen, um so ein kleines bisschen Licht hier von der rechten Seite reinzuschieben. Der Reflektor hier reflektiert ja jetzt eigentlich nur das Licht, was von der linken Seite kommt. Um meine Gesichtshälfte hier auf der rechten Seite so ein kleines bisschen aufzuhellen. Ich hoffe mal, sieht man das? So, passt. Bisschen heller. Das war das Ziel, was ich in dem Moment erreichen wollte. Muss mal klar kleines bisschen variieren. Hier gilt die gleiche Regelung wie auch bei allen anderen. Wenn ich näher komme, werde ich heller. Wenn ich weiterkomme, wenn ich weiter weggehe, werde ich ein bisschen dunkler. Muss mal schauen, dass der Winkel entsprechend passt. Und dann habe ich von der rechten Seite auch noch ein kleines bisschen Licht. Wichtige Regel bei einem Reflektor. Ich sehe es leider viel zu oft, dass die Leute hergehen und hier solche Geschichten machen oder das so krass von unten kommen lassen. Guckt, dass das nicht so extrem ist. Ja, man kann hier so leicht von der Seite aufhellen, aber schaut, gerade bei Reflektoren, auch wenn ihr draußen mit den Sachen arbeitet, um eben mit Sonnenlicht das Ganze so ein bisschen zu reflektieren, dass es eher ein Ticken von oben kommt. Weil Licht von unten wirkt immer so ein kleines bisschen eigenartig. Und gerade wenn das hier durch den Reflektor noch ein bisschen mehr wird von unten, wirkt es noch komischer. Okay, das war jetzt mal so standardmäßig das, was man mit einer Lampe machen kann. Was geht denn noch? Wir können ja noch so ein kleines bisschen kreativ werden. Ganz klar, ihr könnt die Lampe in allen dreidimensionalen Räumen verschieben, wie ihr lustig seid. Ich möchte euch trotzdem so ein, zwei Sachen mit auf den Weg geben, gerade in der Porträtfotografie. Richtungen, die halt einfach cool aussehen. Noch ein ganz cooles Statement an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier schon dabei sind, hier mit Reflektor einzuarbeiten und sonst irgendwas. Es wirkt manchmal richtig cool, wenn man sich nochmal so ein Streiflicht hier irgendwo reinholt. Ich wollte jetzt bei einer Lampe bleiben, aber einfach mal so als Hinweis, hier von der Seite nochmal einen Blitz kommen zu lassen oder sowas. Oder von hinten nochmal einen Blitz kommen zu lassen, so von schräg oben beispielsweise, kann zum Teil richtig geil aussehen und nochmal vom Hintergrund separieren. Je nachdem, was man vorhat, nur um es mal einzugießen. Aber wir bleiben bei einer Lichtquelle. Die erste Variante, die wir mit einem Licht machen können, ist ganz klar das Rembrandt-Licht. Das Rembrandt-Licht ist das, kennt man vielleicht von dem Maler, der hat das sehr, sehr gerne benutzt, dass hier so ein Dreieck unter dem Auge entsteht. Das ist jetzt beim Filmen nicht so 100% möglich, aber prinzipiell läuft es, indem man das Licht fast genau von der Seite kommen lässt. Relativ harte Lichtquelle. Das passt hier mit der Softbox und der Wabe, die wir jetzt vorhin draufgesetzt haben, relativ gut. Einfach von links kommen lassen, hat man hier so das Dreieck drin und wir haben immer noch nur eine Lichtquelle. Was jetzt ebenfalls funktioniert, ist das sogenannte Split-Lighting. Da gehen wir einfach her und lassen es noch weiter von der Seite kommen. Sekunde. Ich muss dafür einfach nur ein Stückchen vor und die Lichtquelle genau von der Seite kommen lassen. Sollte jetzt dafür sorgen, dass ich genau auf der Nase einen Helligkeitsunterschied habe. Genau hier in der Gesichtsmitte ist quasi der Cut. Links hell, rechts dunkel. Kann auch sehr, sehr cool aussehen. Okay, wem das jetzt zu extrem ist mit dem Split-Lighting, der kann natürlich auch hergehen und kann von der rechten Seite so ein kleines bisschen wieder mit einem Reflektor oder mit einer zweiten Lampe oder sowas in der Richtung auffällen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist allerdings eine sehr, sehr geile Geschichte. Eine dritte haben wir auch noch. Die ist allerdings ein bisschen schwierig und da müssen wir etwas mit dem Umgebungslicht faken, beziehungsweise wir gehen halt ganz klar auf die Silhouette und zwar die Variante von hinten. Ich kann hierher gehen und zum Beispiel, so weiß ich, ich hoffe mal, das sieht man jetzt im Video einigermaßen gut aus. Ich kann hierher gehen und kann genau das Licht von hinten kommen lassen, um zum Beispiel eine Silhouette in dem Moment hinzubekommen. Oder wenn ich auch hier wieder mit einem Reflektor von vorne so ein kleines bisschen arbeite, das können wir ja gerade mal tun. So, jetzt. Du bist vor der Kamera. Du kannst ja von der Seite ein bisschen reinkommen lassen. Es geht ja einfach nur darum, dass man sieht, dass ich von vorne auch ein bisschen heller werden kann. Wenn man eine Box hat mit einer gewissen Größe, hat man von hinten den Hintergrund so leicht überstrahlt, ein leichtes Haarlicht mit dabei und natürlich von vorne die Reflektion nochmal rein, dass ich von vorne nicht komplett absaufe. Kann man auch nochmal in zwei Varianten kombinieren. Entweder man fotografiert es als Silhouette oder man geht in dem Moment her und sagt, wir holen uns von vorne noch so ein kleines bisschen Licht, dass ich halt eben überstrahlt bin, aber nicht komplett. So kann man weißen Hintergrund hinbekommen, ohne dass du einen weißen Hintergrund brauchst, weil ich habe ja die Softbox, die in dem Moment Licht in das ganze Thema hier reinbringt. Ja, als Reflektor-Alternative kann man natürlich auch jetzt hergehen und kann sagen, wir bringen von vorne nochmal eine Lampe mit rein oder sowas in der Art. Aber ich wollte ja bei genau einer Lampe bleiben und wir kommen tatsächlich sehr, sehr weit. Wir können ultra viel machen, was das Lichtsetup angeht. Von daher, keine Sorge, man kann hier variieren. Das Ganze lässt sich selbstverständlich auch mit Aufsteckblitzen umsetzen. Wenn man den Raum ein bisschen abdunkelt, haben wir ja jetzt genauso gemacht. Das Ganze lässt sich mit Studioblitzen umsetzen. Das Ganze lässt sich mit Dauerlicht umsetzen. Das war ja meine Empfehlung von vorhin, dass ihr hergeht. Wenn ihr am Anfang steht, noch keine große Ahnung habt, besorgt euch irgendwo ein Dauerlicht. Damit kann man so viel machen. Damit kann man so einfach so eine Videolampe oder sowas in der Art. Damit geht quasi genau das Gleiche, was ich euch hier jetzt gezeigt habe. Egal ob LED-Panels, egal ob Aufsteckblitze oder sowas in der Richtung. Da gibt es ja auch Aufsätze für, dass man ein bisschen variieren kann. Beziehungsweise du kannst den Blitz zum Großteil auch einfach so benutzen. Muss mal ein bisschen schauen, aber ihr kommt da dahinter. Wenn ihr mehr zum Thema Licht lernen wollt, könnt ihr euch selbstverständlich mal meinen Lichtkurs genauer anschauen. Da zeige ich euch, wie ihr alles ins rechte Licht drückt. Wow, der war Boden. Nein, das kannst du nicht bringen. Checkt auf jeden Fall mal den Kurs aus. Da lernt ihr alles, was ihr zum Thema Licht braucht. Kunstlicht, natürliches Licht, komplett egal. Wir kombinieren so ein kleines bisschen durch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder.